Bei mir bist du schön, bei mir hast du schön, bei mir bist du die schönste Häubler. Liebe meine Tüsche, meine Herze, meine Serze, meine... Wir sind jetzt auf Pico Boulevard in Los Angeles. Das ist eine jüdische Gegend. Ja, das ist eine jüdische Gegend. Das sind Restaurants, alles in jüdisch. Jüdisch essen, jüdische Menschen, religiöse Menschen. Das ist eine schöne Tür zu Ehre Schabes. Stimmt. Und wir gehen herein essen in Hähne von der Barimste Delicatessen in Los Angeles. Wie noch heißt das Restaurant? Das ist Factor's Deli. Factor's Famous Deli. Dacht doch mal, sie senden schon vier Generatoren, doch Deures. Es ist erstatt in 1948. So, this is Pearl Accardi, I'm Mike Burstyn, and we're here at Factor's Deli. And we're going to have a traditional deli meal, but it's going to be a Yiddisch traditional deli meal, right? And what are we going to eat? What are we going to eat? Yes. That will be a surprise. We're going to eat everything. You'll see. You'll see. We're giving you a taste of what it's like in a traditional Jewish deli. Germany, but we're going to only do it in Yiddish, because Yiddish is in Samamaluschen, our mother tongue. Yes. Yes. You were born after the war? Yes. In Germany? Föhrenwald. What? Was? Föhrenwald. Ach so, she was born in Föhrenwald, and I was born in the Bronx. But we have that in common, that we love Yiddish. And we love to speak the richtige, the real Yiddish. The Emerson Yiddish. The Emerson Yiddish. So this is going to be FSS with Perla and Mike, and we invite you to join us at Factors Deli. I'm going to be. I am going to read And fine! My ELYS. I know. The Emerson woman? I am gonna see. What is this? All of you? All of you are ready. What? Oh non so? I am ready. I'm very ready. This is for Mane. You guys are ready. Exciting. Das ist ein Zander. Er ist ein Zander. Der ist ein Zander. Der ist ein Zander. Wir können sie alle sehen. Wir können einen. Wir können sie. Wir können sie. Bei mir bist du schön, bei mir aus der Fein, bei mir bist du die Schenste heute Welt. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, Yamaha. Thank you. Wow. Wir haben einen Rund mit Vorspeis. Mit Vorspeis. Mit Vorspeis. Du willst ein bisschen Joach, Joach mit Lacken? Nein, ich habe immer angefangen, mit gefüllten Fisch, gehackten Leber, und dann gehe ich zum Joach. Zu dem Joach, okay. Kann ich das geben? Oder willst du ihn mit der Leber oder mit dem Fisch? Ich würde mal sagen, bei mir entsteht, was ich am liebsten anfangen als Schabessdecken-Ofenbräut, mit gefüllten Fisch und gehackten Leber. Okay. Gehackte Leber von mir, die machst du allein gehackte Leber? Natürlich. Ja, wieso machst du das? Ich spreche auf sehr Asag Zibbel. Zibbel. Asag Zibbel. Asag Zibbel. Mit Schmalz. Mit Hineschmalz. Mit Hineschmalz. Mit Hineschmalz. Natürlich. Sowieso. Und dann? Und dann tiefer an ein Stückchen Kalbsleber. Kalbsleber in Hinesleber. In Stückchen Hinesleber. Und dann hat meine Mama gesagt, Asag Salz, Asag Pfeffer. Du weißt, was das heißt? Apunen. Apunen müssen wir Apunen. Das? Das ist mit Apunen. Das ist mit euch sehen schön. Ja? Das ist schön euch sehen. Es ist mit einem Braun. Ah, Braun, ja. Braun. In der Patelnie. In der Patelnie. In der Patelnie. Das ist kein Jüdisch Wort. Aber soll ich... Ja, ja. Patelnie. Das ist ein Russisch oder Päulisch. Aber soll ich suchen. Apatelnie. 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 Das ist Apunen. Das ist Apunen. Das ist Apunen. Das ist Apunen. Ich gebe dir ein bisschen gehackte Leber. Von dir. Und dann von mir. Und dann... Ein Stückchen Bräut wisst du auch nicht? Ja. Und das ist mit sein Rye Bread. Das ist Rye Bread. Das ist nicht Rye Bread. Bräut. Bräut, ja. Aber was war ein Bräut? Das ist sehr gebräut eigentlich. Wie sucht man Rye Bread? Rye Bread. Gut. Und jetzt die zweite Sache ist, dann gibt die mir ein Stückchen gefüllter Fisch. Okay. Machen. Sofort. Und die Hauptsache ist, wir da wissen, ist das Päulische Fisch? Das hat mein Päul... Also man nennt es daran, im Mol weiß man es. Wie also weiß man es? Ist es Päulisch oder Russisch? Päulisch ist es süß. Süß. In Russisch ist es süß. In Russisch ist es süß. In Russisch ist es süß mit Päulisch. In Russisch ist es süß mit Päulisch. Die wisst du ein bisschen rein? Ja, sicher. Aber ich sehe, das ist in Amerika... Ich habe auch schon so viel Krain. Bei mir hat's ein Reutere Krain. Du gehst mein weiße Krain. Wie noch macht man Reutere Krain? Mit Reutere Borrekes? Mit Borrekes, ja. Sie sucht Borrekes, ich sucht Borrekes. Ich sucht Borrekes. Ich suche Borrekes. Es wollen wir probieren. Okay. Ich gehe probieren, die gefüllte Fisch. Ich hoffe. Wir haben die Sandwichen. Oh, danke. Das ist Pastrami. Ja, das ist gut. Danke. Wir haben Kornbeef hier. Danke. Ich hoffe, die Pastrami ist heiß. Pastrami ist heiß. Kornbeef ist heiß. Danke. Okay. Guten Appetit. Guten Appetit. Jetzt probieren die gehackte Leber. Okay. Das ist mir so gut mit der Stikelbräut. Ja, ja. Gehackte Leber. Aber das ist ein Ämmersche. Weil jetzt macht man Falsche. Ja. Du weißt doch, jetzt macht man Falsche. Das heißt mit... Wegeret... 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 Wegeretaner. We... Wie ist... Äh... Nu. Vegetarien. Wie sucht man Vegetarien auf Jiddisch? Weiß ich nicht mehr so genau. Die gehackte Leber ist... Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich mach es besser. Ich mach es besser. Ich mach es besser. Ich kann es... Sie sagen Bissl... Sie blasst. Sie vermisst du mir mit ihr Äger wie leben. Äger? Sie eh er. Sie sucht Äger, ihr sucht Äger. Nee, sie är bisschen blasst. Oh. We got the smoked salmon? Ja! Wir legen alles hier. Wir haben einen Brisket. Der Brisket. Wow, die Latkes sind gut. Und die Latkes. Vielen Dank. Wir brauchen eine größere Table. Wie? Ja. Aber ich sagte, Sie wollten ein bisschen mehr Tinte, ein bisschen mehr Bräune. Sie ist Blas. Das hat nicht gepunnt. Das ist eine blasse gehackte Leber. Nur Meile. Das gewinnen Sie Vorspeis. Und jetzt gehen wir essen die Suppe. Die Joich. Die Joich. Die Joich mit Lokschen. Kräpler. Mit Kräpler. Kannst du mir geben eine kleine Schüssel? Das ist eine Schüssel. Die hast eine ganze Schüssel man. Er misst es. Okay, du kriegst eine halbe Kräpler. Was ist eine halbe? Eine halbe Kräpler. Das ist unser Joach mit Lokschen. Das ist ein bisschen Hina-Fleisch. Und wie ist das? Oh, der Kreppel ist das. Die Frage ist, ob das harte Kreppel ist? Pulchne. Pulchne? Ja, Pulchne. Was heißt Pulchne? Light. Ah, Pulch. Das ist das Hiddischwold. Das kommt in meiner Kindheit. Lass uns sehen. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Sehr gut? Ich weiß nicht, meine Mutter ist Joach, aber sie geht. Aha. Die Mama, die kennen wir kochen? Ja. Die Mama, die Bobbe, ob er mein Weib kocht. Sie kocht also amalig. Du meinst, dass du die kochst. Du hast es gemacht. Sie macht Leber? Nein. Ich mache gerade Leber. Bloß Leber? Also macht sie alles? Alles. Alles. Sie macht alles. Und willst du mit Backen? Sie backt euch. Du meinst meine Backen? Meine Backen hat meine Mama gemacht. Sie backt. Sie backt. Und meine Mama hat meine Backen gemacht. Aber ich suche dir das. Ich habe die pöleschen Joach. Die pöleschen Joach ist süß. Ein bisschen süß. Du hast es sicher nicht. Ja? Nein. Das glaube ich nicht. Nein? Nein. Und sie wünschen euch, welche Hina denn ist. Das stimmt. Das ist sehr wichtig. Das stimmt. Ich darf mir die Kuschere hin. Und sie müssen eine Suppe hin. Sie müssen eine Suppe hin. Die Suppe hin. Mit der Thunischteile heraufnehmen. Für das Fleisch. Das Fett. Das müssen wir. Ja. Sie müssen eine Suppe hin. Sie müssen eine Fette hin. Die Fettigkeit ist wichtig. Sehr wichtig. Ja. Ich habe mich gekarnt für die Suppe. Ich will das Arzt aufessen. Okay. Jetzt gehen wir weiter. Was hast du jetzt gegessen? Lass mich so. Du hast es. Ich wollte das gegessen. Nachmittag. Okay. Das ist von mir gewesen. Nachmittag. Seid du ein Teller? Sag Teller. Bedarf mir mal aggressiver Tisch. Kannst du mir geben dann Teller? Bitte? Ja. Mein Teller, ja. Ja. Ich sehe, ich sage Spondere. Die? Die Jochit? Spondere ist sehr wichtig. Ich habe verbracht. Ich gehst nicht zu viel. Ich habe einen Geschmack. Jetzt darf ich... Und du wirst ein bisschen... Ja, sicher. Spondere ist... Spondere ist... Spondere ist... Spondere ist auch ein Fett. Das ist auf dem Fleisch. Ja. Spondere müssen wir euch, als man will, nutzen in Jochit Lokschen. Nicht nur bei Hina, nur Spondere nutzen wir euch. Auch in die Jochit? In die Jochit. Das gibt ein bisschen mehr... Geschmack? Geschmack. Du wirst ein Stück Latke? Warte, also wir haben ein Marachbein. Hast du mir jetzt ein Marachbein? Natürlich. Ein Marachbein, das gibt ja den Marach. Du wirst ein Latke? Ja, was für eine Frage? Okay. Okay, das müssen wir jetzt essen. Wieso heißt das auf jüdisch? Ein Latke? Nein, Fleisch. Und Fleisch? Das ist ein Teller. Ein Teller, ein Latke und ein Brisket. Brisket, das ist Rindfleisch. 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 Ich sehe, es ist sehr... Ich sehe, es ist sehr... Ich meine, es ist gut. Ich will allen sagen, ihr tut nicht essen, also wenn wir essen jetzt... Cholesterin? Mit einem Mund. Weil wir geben euch ein Beispiel. Das ist bloß ein Beispiel, ein Exempel. Weil, wenn ihr wollt... Wenn ihr wollt... Wenn ihr wollt... Wenn ihr wollt... Also gegessen, jeden Tag. Wollt man was gesehen. Wollt man schon nicht gewesen. Oh ja. Ah. Sehr gut. Sehr gut. Das ist mit ein bisschen... Du hast die Äpfel. Also ein Äpfel. Äpfelzaft. Das ist nicht gesagt. Nicht gesagt. Das ist Äpfelvus. Das ist eine Gribbene Äpfel. Gribbene Äpfel. Gribbene Äpfel. Gribbene Äpfel. Gribbene. Gribbene Äpfel. Frische Äpfel. Aber Gribben. Ja. Ja. Und ihr habt euch liebde gewesen. Das lachen von mir. Das ist nichts. Zicke. Ja, ich auch. Ja. Das hat sich mit in seiner Kindheit. Ich lege an Zicke. In mir die Gribbene. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Sprache. Aber die Äpfel werden natürlich erst gekocht. Mit Zicke. Ich hoffe es. Natürlich. Aber sie schmeckt. 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 Du weißt. Wenn ich ein gewener Kind. Aber sie liebde. Die hat noch alles. Ich habe lieb. Heißt sie. Ich kann nicht essen. 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 Sie muss brennen. Und wenn ich eine Kind bin. Ich bin bei meiner Tante. Und sie hat mir gebracht. Und ich sitze und esse. Und ich wein. Und ich wein. Ich esse und ich wein. Und sie sucht nach Michael. Was weinst du? Ich zei. Why are you crying? Ich zei. Because the soup is so hot. Ich zei. Well, then I'll let it cool off. Ich zei. No, but I like it. Like this. Oh. Jetzt gebe ich. Das ist von mir. Einer finde. Geschmackste Essen. Einmal coolen. Einmal coolen. Das ist Nova. Nicht glatt als so. Die weiß den Unterschied zwischen Nova und andere. Nein. Die weiß? Nein. Ich weiß. Ich weiß. Das ist mehr Tyre. Es kost mehr. Es kost mehr. Es kost mehr. Es kost mehr. No, richtig. Nova ist der beste. Lachs. Ja. Der beste. Es kost mehr. Du musst es haben. Und du musst es essen. Ohne Pfeffer? Ja. Du essen mit ohne Pfeffer? Mit Pfeffer? Ja. Ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Pfeffer? Nein. Du hast keine Pfeffer. Okay. Gib mir dort noch eine Stunde. Ich will mit demselben Pfeffer. Okay. Und jetzt gib mir das. Du legst auf den Bagel. Heute nennt man ein bisschen Cream Cheese. Du aus der Messer. Immer am Messer. Und das soll ich. Auf Spanisch sucht man ein Kies und ein Messer. Das heißt, du ist nur ein Tisch. Aber auf Jüdisch sucht man ein Kies und ein Messer. Hier ist 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 ein Messer. Ich verstehe. Verstehst du? Die Reste geht in Spanisch? Ja. Was war eine Frage? Wann kommt das? Die Reste geht in Spanisch. Wann kommt das? Ich bin aufgewachsen in Argentinien. Ich bin aufgewachsen. Jetzt nimmst du einen Besuch. Wie alt bist du gewesen, wenn du ausgewohnt bist? Sieben Jahre alt. Wie alt bist du? An zwei Jahren sind wir in Argentinien gefahren. Dann sind wir gefahren in Paris. Dort habe ich gelernt Französisch. Von dort kennen wir Israel. Die Reste geht in Französisch auch. Ja. Das war eine Frage. Okay. Jetzt gebe ich... Ich gebe dir... Das ist meins. Das ist die Familie. Von dir... Wie heißt das mit... Wie heißt das? Sesamie. Sesamie. Wie heißt man Sesamie auf Jiedisch? Nisselach. Irgendwann. Nisselach. Mit Nissel. Wir haben noch eine Freundin gesprochen. Sie hat gesprochen Englisch. In Frankreich hat sie gesprochen Englisch. In England hat sie gesprochen Französisch. In Deutschland hat sie gesprochen Päulisch. Alle gesprochen. Keiner hat sie nicht verstanden. Keiner hat sie verstanden. Aber sie hat sie nicht verstanden. Verstehst du? Jetzt gebe ich ein Tarm. Ich habe es schnattelt. Geht? Okay. Oh, ich werde hier kommen, aber ich werde weg. Einmal nach der hier kommen, aber ich werde weg. Ziemlich verschiedene Essen. Aber wir müssen das zusammen, als die Menschen sollen wissen, was es tut. Es ist mal Chumis. Unser Programm heißt Epis Essen. Darf man sie weisen, was es tut zu essen in einer Delikatesse? Stimmt. Essen in einer Delikatesse. Das ist eine interessante Frage. Sehr interessant. Wir essen in einer Delikatesse. Sehr gut. Ihr Gläubersdefa heißt deshalb Delikatessen. Delikat Essen. Essen ist jüdisch. Delikat. Eidl. 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 Das ist das rumänische Lied. Nein, dann will ich gräbzen die ganze Nacht. Und das ist von mir der heutige. Ach, Pastrammele. Ui, 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 ui. Das geht passiert nie jetzt. Pastrami, Pastrami, Pastrami. Jetzt kommt das Lied. Teusentamen. Wie soll es wissen, als man wabert und gebetet soll auf Fernsehessen Rötefleisch. Hast du aufgehört? Nein. Wie kann man aufhören gebaket? Das ist... Öff schon nimmst du die Hälfte von... Nein, nein. Was ist das? Das ist... Das ist Kornbeef. Kornbeef. Hast du schon ge... Du willst doch teilen? Die Gäste mit der Hälfte, dann gibt dir die Hälfte. Ja, ja. Aber das ist der Teil, was hast du noch nicht gegessen. Und noch nicht umgehäubt, nein. Hast du noch nicht umgehäubt? Nein. Geht immer bis zu den Dähem. Ups. Okay. Mh. Mh. Ei. Ei. Mh. 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 Et. Tule. Mh. Mh. Nun, wo ist es mein Vater? Nach dem, wo ist es mein Vater? Das ist ein Lecker. Ein Stück Lecker. Ein Stück Lecker in einer Gläseretee. Das müssen wir bestellen. Ja, aber das wird sein... ...auf morgen. Auf heim. Müssen wir sich da abstellen. Und ich will dir bedanken. Du hast mich eingeladen. Ich habe eine Frage. Von dir. Okay. Wer macht so viel... Wer macht so viel für dich? Ich habe dich eingeladen. Oh, ja. Danke, danke, danke. Delicious. Wie wisst ihr das alles heute? In EFSA Lecker wisst ihr? Nein, nein, nein. Nein, gar nicht. Ein Stück Lecker. Nein, morgen. Nein, nein. Das kann man enden mit ein Stück Lecker. Ein Honig Lecker. Honig Lecker. Aber Sie wollen sich das schon vorstellen. Ihr könnt sich das vorstellen. Also nach dem essen wir ein Honig Lecker mit einem Gläseretee. Und wir gehen schlucken. Hast du mal gegessen? Eine Strundel? Nein. Was ist eine Strundel? Eine Strundel? Eine Strundel. Das ist ein kleiner Strudel? Nein. Mit der Äppel. Was? Eine Strundel mit Äppel? Der lacht das viele wie ein Warschere. Eine Strundel. Was ist eine Strundel? Hat er gesagt? Äppel. Teig. Teig. Und wir packen das. Und wir packen das. Und wir packen das wie lange? Mit Zimt. Zimt, Roschengis, Äppel. Teig. Meine Tat hat damals gesagt, dass er ein ungepflegter Hühn oder ein ungepflegter Hühn ein ungepflegter Hühn in den reingelegten Öfen Ohne zu waschen? Ja, gewaschen den Hühn, gepflegt, gepflegt, gewaschen Salz, Pfeffer. Reingestellten Öfen in vermachtes Öfen in ungezündet vermachtem Getier und eine halbe Stunde später hätten wir Klappen in ein wenig für den Öfen. Reffen den Öfen und die Hinsucht zu mir her oder gibt mir zurück die Federn oder hättest einen den Öfen weil ich mir verfreude. Sehr süß. Vergessen unzuzünden den Öfen. Versteigt. Jetzt, warum wir uns und dann, jetzt, 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 jetzt. Wir sind schon fertig. Es ist schon ein halbes Stunde. Es ist schon ein halbes Stunde. Es ist schon ein halbes Stunde. Wir wollen uns mit euch alle Mit dem Öl. Mit dem Öl. Wir haben uns mit den Faktors Deli, du in Los Angeles, aus den Faktors. In das zweite Mal wir kommen die Kümel und wir gehen in ein anderer Restaurant. Andere Deli. Wir gehen in ein Deli. Wir gehen in ein Restaurant. Wir gehen in ein Restaurant. Nein, bei Heim. Nein. 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 Wir müssen geben ein Beispiel, wie wir uns kochen. Nein, aber wir können besuchen die alle wunderbaren Restaurante, Kusher, Milchdick. Heim sind nicht gewinnt Kusher. Fleischedick. Fleischedick, Milchdick, Faschidine, aber mehr ich 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 sage mir, mehr Jidische Machhoulis. Machhoulims. 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 Okay. Ich will dich bedanken, sehr. Mr. Duncan, das ist die größte Ere. Die größte Ere ist die größte Ere. Das ist die größte Ere. Das ist die größte Ere. In Bazu. In Bazu. In Bazu. Schönen Dank euch alle. In Milchdick treffen. Nachher mal. Auf Simchis. Auf Simchis. Wie heißt die? Ich habe noch keine Ahnung mit wem. Ich bin Perla Karni. Das ist Perla Karni und ich bin Maik Bostein. Schönen Dank. Wir sehen uns mit ihm. Nein. Die welt-famuse. Wir sehen uns mit ihm. Es ist die größte Elemente Das ist das. Die sind so angeleikt. Wie gibt es die so angeleikt? Wie sind sie angeleikt? 안녕, wie sind sie angeleikt. Wie sind sie angeleikt? Wie ist das nicht? Ich habe sehr gut gelegt. Halb, halb, noch nicht im ganzen Adorre. Ich habe im ganzen Adorre. Okay. Eingeleichte Ighe. Eingeleichte Ighe. Schön.